Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Röderbude. Willkommen zu meiner Live-Reaction zum Super Smash Bros. Ultimate Arms DLC. Er ist anscheinend noch nicht angekündigt, wegen der Schule bin ich jetzt ein paar Minuten zu spät gerade erst da, deswegen hier dieser Screen. Äh, ja. Wir gucken uns jetzt gemeinsam die Reaktion an, wobei ich sagen muss, ich bin gespannter auf die Patches. So, jetzt wird... Perfekt. Perfekt. Wir haben die Ankündigung, den Beginn nur verpasst. Aus Sakurais Zuhause heute. Der Trailer! Kirby! Ich hoffe halt auch die Qualität passt so, ne? Äh, es ist nicht Spring Man, oder? Spring Man ist ja eine Helfer-Trophäe, deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube, eher jetzt kommt irgendwer und schlägt... Nee. Es ist nicht Spring Man. Ja, Min Min. Oder? Na, auf jeden Fall... Jetzt streiten sich alle. Ich hätte Master Mami ja toll gefunden. Wäre halt ein Heavy gewesen. Wer kriegt's denn jetzt? What the fuck ist dieser Trailer? Wer war das überhaupt? Alle schlagen sich zusammen. Kämpfen um die Smash-Einladung. Wer ist das? Aha. Es ist Min Min. War eigentlich ziemlich klar, muss man sagen. Also ist jetzt nicht irgendwie überraschend. So, Armstage und Min Min sind Smash. Die Frage ist halt, was sie kann. Ja, die Grab-Range wird super, das ist jetzt schon klar. Okay, die kann anscheinend wirklich ihre Arme auch wechseln. Hat einen Reflektor. Ihm, das sah ein bisschen stark aus, Digga, Kirby mit der Range. Die Stage hat offensichtlich Sprung-Plattform. Und im Final Smash gibt's einfach ein bisschen Zerstörung. Ja, war aber, muss man sagen, relativ klar. Jetzt ist Captain Pelton da hinten. Und Kirby immer noch. Ich hätte wie gesagt so Master Mami oder Helix toll gefunden. Was juckt mich das? Weil's von vornherein klar war, weil sie neben Springman war. Ich weiß, dass die Jabuki-San war Mien-Mien war. Ich weiß, dass Mien-Mien war. oder Ninja. Ich weiß, dass Mien-Mien Springman war. Ich weiß, dass Also das dachte ich schon. Ja, okay, so kann man's auch sehen. Wie gesagt, ich hoffe, die Qualität alles passt. Das, ich glaube halt ehrlich, der Charakter wird sehr nervig. Oh nein. Ein Heavy-Counter, ist das dein Ernst? Als ob wir das gerade bräuchten. Als ob wir gerade noch wen bräuchten, der Heavys countert. Das fuckt mich jetzt schon ab. Und wenn der das schon so sagt. Alter. Das ist der Jab. Bruh. Willst du mich verarschen? Nein. Nein. Äh, heh, heh. Was? Die kann in der Luft Smash attacken. Die kann in der Luft Smash attacken. Willst du mich verarschen? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf den Charakter. Ich mein, ich fand, ich war eigentlich keiner der von, der irgendwie gesagt hat, Arms in Smash ist scheiße, aber auch Gott. Ja. Ja. Irgendwie ziemlich ähnlich, oder nicht? Oh Gott, ich hab, ich glaub, der Charakter wird komplett nervig. Die kann in beide Richtungen angreifen. Alter. Oh Gott. Ich glaube ehrlich, der Charakter wird nicht toll. Das ist nicht so, wie du das Spiel spielst. Das haben wir echt nicht gebraucht, einen kompletten Camper. Aber ich habe auch, wenn ich das so sehe, im Moment das Gefühl, sie hat nicht so viel Killpower. Alles klar. Ich hoffe halt wirklich, dass es schöne Buffs gibt und Nerfs in Patch. Okay, sie scheint okay, einen Endlag zu haben, das ist ja schon mal was. Arms wechseln. Das könnte ein sehr technischer Charakter werden. Ich glaube, das wird so ein Charakter, wenn man sich stark mit dem beschäftigt, ist der echt cool. Aber er wird auch viel einfach nur zum Campen und nervig sein genutzt werden. Ja, das ist schon mal wichtig. Allgemein, ich hoffe, die hat nicht so krasses Knock. Die ist offensiv hoffentlich nicht so krass. Oh Gott. Der wird offensiv so... Ich glaube, der ist Broke. Ja, er ist trotzdem nicht so krass. Seiner kurzen Reichweite. Das ist immer noch gefühlt mehr Reichweite als K. Rules Krone. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dabei geht mit dem Namen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Super Ja genau, noch mehr Range Das trifft über die ganze Map Seht ihr, dass das trifft über die ganze Map Oh Gott Oh Gott Ihr gebt euch das Das kann doch nur schlimm werden Damit kann man fucking Damit kann man gefühlt ganzen Arms Zelda Temple abdecken Diese Grab Range Seems legit Was Was der Nein Der wird auch noch dafür gebufft, dass man grabbt Eine Ridley Nair Eine schnelle Nair Der Das ist halt einfach alles nervig Ach Ach das ist der Jab Der eigentliche, wenn man A gedrückt hält Macht's Den Der Upsmash ist Fox Der Salto Tritt reflektiert Oh Gott Oh Gott Ich will nicht Die Dash Attack ist sehr Standard Nein Die Up Er Die hat Leather Combos auch noch Digga Der Das halbe Moveset von der ist Fox Das ist eine Chic Down Er Wie hoch geht der wirklich Ah nicht wirklich hoch Oh Ich nehm's zurück Aber horizontal Ist ja nicht gut Das ist wie Little Mac Aber Bro Und Campy Nein Jetzt sagt nicht auch noch Man spielt Game & Watch mit der Wirklich Merkt man meine Begeisterung Oh Gott Ich glaub nicht, dass der Charakter Wirklich broken wird Aber Unfassbar Nervig Aha Das heißt, wenn man das in der Luft macht Ändert sich das nochmal Ähm Hä Ist das euer Ernst Das ist einfach nochmal By Left's Recovery Die geben einfach Zweimal dieselbe Recovery Wow Einfach genau der Angriff Ja Das ist dasselbe bloß Cinematisch Natürlich die Range Und warum gibt's solche Aussetzer Das Spring Stadion Das stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor Muss ich sagen Das stelle ich mir lustig vor Aha Das ist für Min Min selber Offensichtlich nicht so gut Weil sie ja nicht so stark Carriels hat Kann man mit denen interagieren Aha 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 Die Stage gefällt mir besser als der Charakter Es reicht nicht Sie aufzusammeln Jetzt zeigt er ein Kampf Digger Genau das meine ich Gebt euch wie Sakurai Die schon benutzt Mir rücken sie viel zu sehr auf die Pelle Ich brauch mehr Abstand Der Typ will dass die Leute damit campen Der will dass Leute campen Oh Gott Ich glaub der Charakter wird unfassbar nervig Kein Spaß zum Zocken machen Level 8 Computer Wirklich Außerdem warum beschwerst du dich Du hast keinen Prozent Schaden genommen Aber auch kein Wunder Du spielst ja nicht gegen Distanzkämpfer andererseits Was würden Distanzkämpfer bringen Die kann ja reflektieren Ich hab auch erst gedacht Vielleicht ist K.R.O.L. noch okay gegen die Weil er mit seinen Projektieren ein bisschen gegen campen kann Aber Reflektor Ja Sie wirkt relativ leicht Und Etwas Also nicht langsam Aber auch nicht so schnell Ja du musst dich da so krass positionieren Der hat nur die halbe Stage Range War das Das sah aus True Combo mit 30 Die es macht Gegebt euch das Wie sogar Sakurai Campen Mit der Ja Leider Los Kirby Digga Ich find's so behindert Wie der echt noch Der sagt sogar Wir müssen Campen Die Sprungplattform Ist Sackstark Anscheinend Die ist ganz cool Die Siegespose Ich werde halt Ja ich will mir den eigentlich Trotz allem schon holen Ich will mir halt alle holen Sie ist so Interessant Nennst du das Musik Musik Apropos Welchen Ähm Indie Charakter Kriegen wir wohl Als Musik Ja ich kenn halt Die meisten Musik Nicht wirklich Name Redacted Neue Remixes Gibt's mit Wo Ja das sagt alles Dass das fast alle Arms Tracks sind Am Achso Erst am 30 Ich dachte ehrlich gesagt Schon heute Das heißt Nächste Woche Dienstag Das heißt Die Patches Werden wir auch noch Nicht erfahren Ja Ja Das war auch Klar Wer kommt Ich könnte mir den Hollow Knight Main Character Vorstellen Es wird wieder Ein krasses Kostüm geben Und ich glaube eben Ich glaube eben Der Hollow Knight Main Character Wenn's Minecraft Steve ist Werden glaube ich Die Leute Unfassbar Triggert sein Ninjara Ja Ergibt halt Sinn Ne Tekken Der sieht seltsam aus Splatoon kriegt Neues Outfit Oh Wow Wow Ich weiß nicht Ob das jetzt Die nötigsten Kostüme waren Vor allem Warum ist die eine Boxerin Die andere Schützin Jetzt kommt der krasse Was Fallout Der Fallout World Boy Was Das ist lustig Ich mein Ich mein Ich find Sense zwar cooler Aber Warum nicht Aber bei Minmin Würde ich Nicht sagen Warum nicht Die Patches Werden wir Noch nix Zuerfahren Können Und das War es Dann Wohl Ich hab Denk ich Über die Präsentation Genug Gesagt Was ich Denke Jawohl Boy Hä Achso Ich weiß Ja Ja Normal ist gegen Megaman Aber wenn man Das Kostüm hat Das ist ein Megana Mit Cuphead Kostüm Ja Ist jetzt Nicht so Wichtig Aha Das ist ganz cool Das heißt man kann jetzt einfach Hier in die Liste gehen Und dann Draufdrücken Und kämpfen Oder Oder zumindest Die markierten Ja Das ist ganz cool Eigentlich Natürlich wäre es cool gewesen Noch einen gescheiten Modus Zu bekommen Neun Hatten wir ein paar mal Aber ehrlich gesagt Habe ich auch nicht Mit gerechnet Das könnte Sehr gut sein Für Amiibo Der scheint Gar nicht Null Kill Power Zu haben Und dann kriegt man Punkte Ja schön Das mache ich jetzt Zufällig Zufällig Nicht Wie gesagt Für Amiibo Kann ich mir vorstellen Ist das gut Um die Geister Dazu bekommen Pauline Alter Aha Die geben jetzt Tipps Wie man mit Ein paar Geistern Fertig wird Aha Hauptsache Den Stab Ja Alter Ja Das gegen Pauline Ist ja echt Lifehack Der ist doch nicht Schwer Ja Den hatte ich ja auch Schon gefarmt Der ist nicht Schwer Bra Ja Das Ist auch Relativ Klar Eigentlich Ja Ist ganz cool Hier so ein paar Tipps Mit dem Superstern Ring Und Hasenohren DK Anlocken Wow Wow Bei dem Hatte ich So Viele Probleme Die Sache Ist die Man musste halt Die richtigen Items Haben Ich hatte da Halt Sowas Nicht So Und schon Ist es kein Problem Mehr Den Nerving Sheriff Ja Das ist Klar Auch wenn Viele Das Vermutlich Wirklich Vergessen Haben Weil Ach Komm Mal Neue Die DLC Amiibo Warten Ja Viele drauf Und Ich muss Persönlich Auch Sagen Ich glaube Byleth Könnte Ein Richtig Krasser Amiibo Werden Hero Kann ich Mir Irgendwie Nicht So Gut Vorstellen Weil Der Ist halt RNG Wie Will Man Das Gescheit Umsetzen Banjo Kazooie Könnte Okay Werden Joker Joker Wird Denke Ich Auch Nicht So Toll Da Ist Er Nur Joker Echt Ich glaube Das Wird Nicht So Ein Tolles Nicht So Ein Krasser Amiibo Allgemein Sind Meistens Diese Kombo Basierten Nicht So Gut Super Ja Das Ist Die Frage Auch im Herbst Kommen Kommen Alle Im Herbst Oder Nur Hero Und Joker Ein Hero Amiibo Könnte Ich mir Aber Vorstellen Mitzuholen Ja Schön Schön Ja 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 Bekommt Er Jetzt Ne Neue Stimme D D D als er wie ein Assets, welches er hat. Es hat mich sehr Spaß gemacht. Ich bin auch die Zeit, dass er sich hier gut verwendet. Er ist, dass er die 6.4 von der Sitzung durch den Sitzung aus dem Sitzung hat. Das ist die 6.4 von Sitzung gelang. Das hatte ich schon mal gehört. Das sehe ich. Ja, ich weiß ja nicht, wann du es gedreht hast, ne? Das wissen wir auch. Ja, ich bin eben vor allem gespannt auf die, ähm, Patch, auf den Patch. Das wissen wir auch. Hm, ist nur die Frage, wann. Ja, ich bin nicht begeistert, wie gesagt. Ich bin nicht begeistert. Und, das war's jetzt offensichtlich. Ähm, noch mal kurz geguckt, aber es gibt natürlich noch keine Information zum Patch. Ja, ich denke, ich habe meiner Meinung nach so ziemlich gesagt. Die Stage sieht ganz cool aus, die Mi-Kostüme fühle ich. Aber ich glaube, Min Min wird wirklich einer der nervigsten Charaktere im Spiel. Deswegen, äh, naja. Ja, diese Woche kommt auch gleich noch eine Live-Reaktion. Nämlich übermorgen, wenn Pokémon eine Ankündigung macht. Aber naja, wir sehen uns dann wieder. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis bald und tschö mit Öl.